Herzlich Willkommen zu Gimbal und Sinan TV Folge 54. Heute mit einem sehr ausgiebigen Thema, mit vielen Unterthemen, die aber schließlich doch zu einem, hoffentlich einem Ergebnis führen, was man nachvollziehen kann. Ja, Sinan, was hat es denn damit auf sich? Ja, wir gehen schon wieder das Thema an. Wir hatten ja schon mal die Sendung DJ vs. DJ. Das ist da ja eben verschiedene Bezeichnungen gibt. Für unterschiedliche Tätigkeiten dieser DJs. Das werden wir auch noch mal ganz kurz beleuchten, aber dann geht es erstmal noch weiter darum, was eigentlich ein DJ heutzutage so macht, was er ist. Das wird ein kompliziertes Thema. Wir haben glücklicherweise diese Woche auch wieder unser Buch dabei. Heute ist es da, ganz genau. Ich weiß nicht, ob das helfen wird, aber erstmal, glaube ich, müssen wir was trinken, denn es ist so viel, was wir gleich erzählen möchten. Es wird viel erzählt und genau, was hast du denn da Schönes organisiert? Ja, ich habe den Herrn Topmarte, wer Hummel das ist, ich habe Topmarte die Firma einfach mal über Facebook angeschrieben und habe gefragt, ob sie denn Lust hätten, uns mit einem Erfrischungsgetränk für die Sendung auszustatten und die waren so unfassbar schnell. Das ist der Wahnsinn. Ich habe da Samstagmittag, glaube ich, eine Nachricht hingeschickt. So, ja, hier sieht es aus. Klar, montags Dingeling, zehn Uhr kam das Paket. Das ist aber wirklich schnell. Ja, am Samstag noch rausgehauen. Achso, da noch in die Post gegeben. Okay, also von der, die Firma nennt sich Getränke-Idee-KG. Ja, und wir trinken Topmarte Argentina Blend. Ja. Also ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Marte-Extrakt. Heute lasse ich die Flasche auch die ganze Zeit offen. Okay. Also ganz kleiner, ganz kleiner negativer Aspekt. Das stimmt. Ist halt, ne, es ist halt so diese Plastikflasche, wie man sie auch vom Aldi kennt. Ich trinke da nicht so gern draus. Trinke ich aber aus Glasflaschen, ne. Aber es wird sich wahrscheinlich im Preis widerspiegeln, ne. Dann wollen wir mal. Marte ist echt dieses Schwarztee-mäßige, ne. Ich kenne das sonst irgendwie nicht. Hat aber noch, hat stark dieses Bittere noch drin. Ne, Marte war der, der mir von dem Cherry-Tea nicht so gut geschmeckt hat. Weißt du noch? Ja, ja, das ist echt gut. Ich habe ja noch gesagt, Club-Marte kenne ich ja. Das finde ich ja lecker. Und das hier schafft es irgendwie, da die Mitte zu bilden. Das hat dieses Herbe von dem Cherry-Tea-Marte. Hat dieses Rauchige, ne. Das Rauchige wieder drin, ja. Ich finde das ganz geil, dieses Rauchige. Und sie haben es hier aber wohl ein bisschen weggezuckert oder mit anderen, wie sie geschrieben haben, anderen Zutaten doch noch ein bisschen milder gemacht. Also ich finde es nicht ganz so gut wie Cherry-Tea. Also Cherry-Tea hatte mich wirklich völlig umgehauen. Okay. Aber ansonsten, ich finde es auch ganz in Ordnung. Hat eben 5 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das ist ungefähr so die Hälfte an Zucker, die jetzt zum Beispiel Cola hat. Und dementsprechend ist es auch nicht so süß. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche es nicht noch mal. Ja, das ist dieses herbere, Teeartige. Da hat ja auch Chelsea bei mir schon versagt. Genau, genau. Da muss man drauf stehen. Ja, ja. Der eine heute. Ja, das Thema, das beschäftigt uns schon eine Weile. Ich habe ja letztens auch einen Artikel bei Dance Charts darüber verfasst. Und um die Leute erstmal einzuleiten, möchten wir nochmal kurz drauf eingehen, dass wir ganz strikt trennen zwischen DJs und DJs. Ja, das möchte ich mir nochmal ganz kurz erklären. Also für uns gibt es einmal eben diesen DJ, wie man ihn aus der Diskothek kennt. Ja, das ist der ganz normale Dienstleister. Wir haben da auch jetzt eine lustige Definition gefunden. Man kann DJ in diesem speziellen Fall als Abkürzung verstehen, als Dienstleister Jukebox. Ja, der DJ, der einfach eben das erfüllt, was das Publikum möchte. Ja, der Wünscheerfüller. Genau. Er ist in diesem Sinne einfach nur ein Dienstleister, so wie es ein Postbote ist, wie es ein Müllmann ist, der einfach einen respektablen Job erfüllt und ja, das so macht. Aber das hat mit dem, was wir jetzt weiter in Zukunft und auch jetzt im Thema mit dem Thema, also mit dem Wort DJ beschreiben, nichts zu tun. Also diesen Art von Job und DJ, das meinen wir nicht. Ja, das ist einfach, das ist so der ganz normale Dienstleister. Wir beschäftigen uns jetzt wirklich mit dem Thema, ein DJ im Sinne eines Künstlers, eines Menschen, der sich, der seine eigene Musikphilosophie, ja, seinem Publikum zeigen möchte. So. Und da habe ich bei Facebook jetzt wieder eine Diskussion breit, oder die ist dann losgetreten. Losgetreten. Da ging es darum, dass aktuell die DJs, also wir haben ja jetzt auch dieses Ding hier, ne, das DJing an sich, es wird immer einfacher, ja. Also man braucht eigentlich nur so einen Controller, einen Laptop und ich würde mal behaupten, ich kann so fast jedem innerhalb von zehn Minuten beibringen, wie man mixt, ja, wie man Tracks ineinander mixt, so. Also im Laptop ist ja dann eine entsprechende Software und die macht es eben, ja, möglich. Ja, die übernimmt halt sehr, sehr viele Aufgaben. Ganz genau, von diesen ursprünglichen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ein DJ in den 90er Jahren zum Beispiel noch am Plattenspieler noch mitbringen musste. Ja, früher musste man halt die verschiedenen Tracks eben auf die gleiche Geschwindigkeit pitchen mit dem Pitchregler. Dafür hatte man den Kopfhörer, da lief dann immer das eine Lied, was das Publikum noch nicht gehört hatte. Und das brachte man dann auf die Geschwindigkeit von dem Akteilen. Musste man genau die richtige Stelle auch finden, so. Und da ist wirklich, kann man euch, um das mal abzukürzen, sagen, alles einfacher geworden. Der schon oft erwähnte von uns Sync-Button, den musst du wirklich nur einmal drücken. Und dann sind die beiden Lieder gleich schnell. Das ist ja digital, der berechnet das, ne, genau. Also MP3 macht da alles irgendwie ein bisschen einfacher. Wir verteufeln das auch gar nicht, weil wenn es diese Technik gibt, dann wäre es auch blödsinnig, sie nicht zu benutzen. Also ich persönlich benutze den Sync-Button nicht, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, weil manchmal der Algorithmus im PC oder so nicht richtig stimmt. Ja, ich verlasse mich dann eben noch lieber auf mein Gehör und auf den Pitch-Regel. Und ich muss auch sagen, einfach, das ist Gewohnheit. Genau. Wir kommen aus einer Zeit, wo man eben den Pitch-Regel noch benutzen musste. Aber machen da überhaupt keine Wertigkeit, wenn einer sagt, ich benutze den nicht, weil ich es nicht brauche. Ja, völlig in Ordnung. Ja. Genau, so viel dazu. Und jetzt ist es so, dem DJ ist vielleicht so ein bisschen langweilig geworden. Was kann der denn da machen, wenn er eigentlich jetzt, wenn der PC sehr vieles übernimmt? Und da wollen wir einfach mal gerade ein Video gucken. Das habe ich auch bei Facebook gepostet. Was dann diese Diskussion losgetreten hatte. Genau, genau. Da gucken wir uns jetzt mal an. Genau, genau, genau. Genau, 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 genau. Das war von Pioneer Israel. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell war. Auf jeden Fall presenten die DJ Braindead. Und ich lasse das auch schon mal im Hintergrund mal anfangen. Da sehen wir jetzt einfach, was alles möglich ist mit so einem Setup. Ihr seht das hier. Das ist mit das teuerste wahrscheinlich. Wir haben da zwei CDJ-Nexos. So nennen sich diese Player hier. Also das ganze Setup wird so roundabout 3.000, 4.000 Euro kosten. Stimmt. Also unglaublich cool. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was der denn da so live gerade alles abzieht. Ja, also das ist jetzt so. Wir sehen jetzt schon mal. Er macht manches live. Ja, also manches ist so dann die Töne da zum Beispiel. Die scheint er wohl durch diese Pads da zu starten. Manches ist einfach nur dadurch, dass er es anklickt, spielt etwas ab. Ja, es ist natürlich auch eine Demonstration, was alles möglich ist. Ja, steht ja auch da dann, wie es jetzt abgeht. Wir hören jetzt gerade mal rein, was er da macht. Da zum Beispiel auch ganz interessant zu sehen, da hat er die Tonhöhe von diesem Vocal, was da so da 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 da. Das Vocal hat ja die Tonhöhe mit dem Pitch Regler. Also das ist für mich, ja, als jemand, der sich schon sehr gut damit auskennt, eben gerade noch so nachvollziehbar. Ich glaube, für viele ist aber nicht wirklich nachvollziehbar, was er da eigentlich macht. Und man muss ja auch sagen, in dem Moment, wo er eben Knöpfchen drückt, man weiß es ja auch nicht. Diese Knöpfchen, die er drückt, das ist frei belegbar. Also das kann jetzt alles einzeln gespielt sein, aber das kann auch sein, dass er einen Knopf drückt und da kommt schon so ein fertiges Fragment des Songs, das wird einfach abgespielt. Das ist unglaublich toll, beeindruckend. Das ist eine beeindruckende DJ-Performance. Allerdings stellt sich die Frage, ist das ohne Video auch toll? Das war die richtige Frage. Ihr könnt mal das Experiment machen, schaut euch das Video an und guckt mal nicht hin. Hört einfach nur mal zu. Und dann muss ich sagen, dann höre ich nämlich, ja manchmal ist es so ein bisschen nicht ganz synchron. Manchmal finde ich diese ganzen Effektierungen ein bisschen fragwürdig. Das ist auch ein bisschen viel, das ist ja wieder so ein Mesh. Klar, es ist natürlich auch eine Demonstration, habe ich ja gerade gesagt. Also man darf jetzt nicht sagen, ja, aber der will ja nur zeigen, was alles geht. Aber grundsätzlich ist es trotzdem die Frage, was bringt das? Also auch die Effekte einzeln genommen. Dann haut er da irgendwie mal aufs Vocal, so einen krassen Hall-Effekt. Aber klingt das geil? Also mich hat das jetzt akustisch nicht überzeugt. Ja, und dann ist wirklich die Frage, was ist das? Das ist eben ein sehr cooles YouTube-Video. Ja, und wir kommen aber wieder zurück. Was bringt das bei einem DJ? Ja, was macht das? Eine Weiterführung dessen wäre jetzt, also er hat ja jetzt das mit seinem Setup da abgespielt. Noch krasseres Knöpfchen drücken und noch krassere Optik wäre jetzt zum Beispiel der Neff. Ich weiß gar nicht, wie der ganz heißt. Der hat mit seinem Launchpad, ja, hat der den Song Skrillex First of the Year nachgespielt. Gucken wir mal, das ist das Launchpad. Und da werden jetzt immer so, ich spiel, ich spack ein bisschen ab, immer auf jedem Knöpfchen im Prinzip sind so kleine Fragmente. Also er hat den Original-Song auseinander geschnibbelt und den dann auf seine Knöpfchen gelegt. Und dann spielt er den quasi nach. Ja, also wir sehen auf jeden Fall schon, da braucht man sehr, sehr, sehr flinke Finger. Ja, ein unglaublich gutes Rhythmusgefühl. Das ist schon beeindruckend. Und wenn es dann auch zum Drop geht, irgendwann gleich. Ja, also wie gesagt, optisch sehr, sehr eindrucksvoll. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, immer wenn er da irgendein Knöpfchen drückt, dass er das auch mit so einer Lightshow programmiert hat. Also diese LEDs da flackern hin und her. Aber auch hier, also es ist nicht so ganz nachvollziehbar, was er da eigentlich macht. Wie viel das jetzt da von Live performt. Also ich will das gar nicht schmälern. Das ist unglaublich krass von den Fingern her. Das ist Wahnsinn. Was kommt halt dabei rum? Es kommt halt ein schönes YouTube-Video dabei rum. Genau. Es ist einfach eine schöne Demonstration. Und er hat sich da, also fährt da glaube ich auch ganz gute Klicks mit bei YouTube. Ja, über eine Million Mal. Also für YouTube war das schon mal nicht schlecht, das jetzt zu machen. Aber du hast jetzt mal wieder auf den Dancefloor genommen. Genau. Oder auf den DJ-Einsatz. Du musst ja überlegen jetzt, der Song klingt, wenn er es richtig perfekt macht, klingt er so wie das Original von Skrillex, the first... Ja, Equinox. Equinox, genau. So, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wenn es im perfekten Fall so klingt wie das Original, ja, dann will ich das Original abspielen. Ja, wofür die ganze Arbeit? Es ist beeindruckend, wie man sich mit viel, viel Mühe das machen kann, was man auch einfach hinkriegt. Aber das ist halt die Frage. Darum geht es, genau. Es ist einfach, warum das Original nicht einfach... Und gerade auf dem Dancefloor, das ist halt irgendwie, dann kann man das da machen. Und dann kommen wir jetzt auch zu einem nächsten Punkt, der das so ein bisschen begünstigt. Ja, wenn wir jetzt uns überlegen, okay, das waren interessante Performances von Artists und wir übertragen das jetzt mal auf dem Dancefloor, ja, die sind da irgendwas am Performen. Was passiert dann? Was begünstigt das? Ja, im Grunde begünstigt das, dass man hinguckt. Man guckt nämlich hin, weil da passiert was. Der ist da irgendwie am Schrauben, am Finger oder irgendwas. Und am Fingern ist der da. Am Fingern ist der seine Boards und Knöpfe da. Ach, der ist ja krass aus. Und im schlimmsten Fall, ja, endet das dann wie im folgenden Video. Da sehen wir einen Auftritt von Deadmau5. Wir sehen es schon hier. Ganz viele Leute können es unglaublich... Können es einfach nicht fassen, dass sie da sind und müssen das mit ihrem Handy natürlich dokumentieren. Und Deadmau5 macht da seine Performance. Ja, der man wohlgemerkt nicht zugucken kann. Du kannst ihm nicht auf die Finger gucken. Nee, nee, aber er hat ja einen lustigen Mauskopf auf. Da kann man schon stundenlang hingucken, das stimmt. Und jetzt wollen wir euch einfach mal mit dem massiven Drop alleine lassen. Und gucken, wie die Crowd reagiert. Bough. Luis. Viernes. Viernes. Bough. Bós. Viernes. Wiernes. Tage. B boş 충alt Rip. Ja das ist natürlich schön hier vorne zu sehen, unten. Das ist natürlich der Hammer. Da steht ein Deadmau5, der zieht da den Brake und dann droppt es und keiner reagiert. Alle stehen da. So wie angewurzelt. Als ihr das das erste Mal gesehen habt, es hat sich in mir so zusammengezuckt nach so der arme Deadmau5. Also das ist für einen DJ das Schlimmste. Komm schon im nächsten Video. Das ist ja eigentlich das Schlimmste. Du denkst, du hast die Leute so connected, bist mit dem so richtig so musikalisch jetzt. Kommt ihr zusammen und dann droppt es und alle stehen so und halten ihr Handy. Und das ist das ist doch die Katastrophe. Ich glaube da haben die den Vocal Hands in the Air falsch verstanden. Put your hands in the air. Handys in the air. Ja und das natürlich dann gerade so so Live-Performances begünstigen das natürlich, weil ist ja klar, dann gibt es auch noch mehr zu sehen. So aber ich habe das Gefühl, das driftet irgendwie so eine ganz andere Richtung. Also so das war doch nicht der Grundgedanke von elektronischer Musik. Jetzt haben wir noch überlegt, es ist ja nicht grundsätzlich schlecht so eine Performance zu machen. Es ist ja nicht verkehrt, wenn ein dieser Braindead und der andere Kollege mit seinem Launchpad, die können ja was. Ja und das ist ja auch beeindruckend. Das sieht man ja daran, dass diese Videos millionenfach geklickt werden. Aber es ist eben dann der falsche Rahmen, das auf so einer Show zu machen. Auf so einer so einem Gig, auf so einem Party. Ja. Die brauchen eine andere Umgebung. Ja. Und da haben wir uns überlegt, der Birdie Man ist uns da eingefallen. Ja. Der Birdie Man, wir sehen das hier, da haben wir ihn schon reingeklickt. Der ist ja ein sehr guter Beatboxer. Und was er macht ist, er macht im Prinzip eine Live Show. Er macht Beatbox mit unglaublich vielen Geräten. Also ist auch sehr fingerfertig und sehr musikalisch. Und wir sehen es auch jetzt hier schon. Er performt vor einem sitzenden Publikum. Ja. Erstmal können wir jetzt denken, er ist ja voll blöd. Der macht da so elektronische Mucke. Aber wenn man sich das ganze Video anguckt und wir haben den Link natürlich in der Videobeschreibung, dann merkt man, das macht Sinn. Wir gucken einfach mal gerade rein. Wie wird das bei dem so? Leprechauns with Beards. Leprechauns with Beards. All Leprechauns have Beards, I think. Don't you know? It's not really a... Yeah, okay. So, Leprechauns with Beards is the subject of the next song, which I'm about to create out of thin fucking air. But what style is it gonna be in? I need a genre for someone. What did you say? Also wir sehen hier auch schon, er ist sehr stark immer so mit seinem Publikum verbunden, lässt sich von denen dann zurufen, was er machen soll und dann fängt er eben auch an. So, das war das so. Weitere Musik Musik Ja, und da sieht man halt, das ist ein bestimmtes Talent, da gibt es was zu sehen, er performt da was und er macht das eben vor einem sitzenden Publikum und dann können die auch ihre Handys, könnten die da inhalten und könnten das aufnehmen, kann man auch lassen, aber das ist irgendwie, das verstehe ich mehr, also da könnte ich mir unter so einem Rahmen oder vor so einem Reifeld... Jetzt gehen wir mal rein gerade. Okay. Ich wollte hier nur noch mal ein bisschen den elektronischeren Aspekt zeigen, weil er eben noch nicht so viel an seinen Effektgeräten gemacht hat. Also wie du schon sagtest, halt alles kommt von der Stimme erstmal rein, dann in diese Loop-Machines und mit den Effektgeräten kann er das auch noch beliebig variieren, aber das Publikum sitzt da, hat den kompletten Überblick, also sieht alles, was er da macht und deswegen auch Zustimmung, dass diese Nachvollziehbarkeit, die du da meintest, einfach gegeben ist, egal wie viele Knöpfe und elektronische Geräte er da stehen hat. Ja, das ist natürlich bei ihm sehr, sehr vorteilhaft, man weiß sofort, okay, bei ihm kommt alles von seiner Stimme und er hat seine Effektgeräte. Das ist bei ihm natürlich sehr, sehr cool. Und er hat auch diese Aufsicht, also das heißt, das Publikum sitzt in so einem klassischen Theater mäßig. Ja, als der Künstler. Ja, und kann halt sehen, was er da so macht. Und so könnte ich mir auch vorstellen, kann dann ein Madion oder so, also die müssen nicht sitzen, die können auch stehen. Aber wenn dann ein Madion sein Set live performt oder ein Braindead oder wer auch immer, ja, dann kann ich das nachvollziehen, dann kann man da so ein bisschen stehen, vielleicht kann man so ein bisschen abgrooven und man kann aber hingucken. So, aber der DJ, die Tanzmusik im klassischen Sinne, das ist doch, das macht doch keinen Sinn. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich mache es da hinten aus, das irritiert mich so. Ja, und er hat wie eben schon im Deppmaus-Video gezeigt, ne? Ja, er stand doch höher, er stand doch höher als die ganzen Leute. Es gab einfach nichts zu sehen. Fette Lightshow, geile Bühne, ja, aber und wenn man gar nicht ohne kann, dann vielleicht mal kurz ein Foto machen, ja, okay. Weil die Lightshow so toll ist und die Bühne und sein Mauskopf. Ja, aber du kannst doch echt da sonst nichts, also wir verstehen es nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Warum alle so und so lang und alle. Ja, und dann haben wir, also erstmal dieses grundsätzlich, warum dieser Instinkt da bei den Menschen ist, da alles filmen zu müssen, das ist so ein Urinstinkt. Man will alles irgendwie konservieren, ja, man möchte diesen unglaublich coolen Moment, möchte man festhalten, um ihn dann nachher immer wieder abrufen zu können. Haken an der Geschichte, wir haben es eben im Video gesehen. Wenn alle da stehen und den coolen Moment festhalten wollen, dann ist der coole Moment nicht mehr da. Ja, weil er überhaupt nicht erzeugt wird. Genau, also ich will wissen, wer sich nachher, wer von denen nachher sein Video anguckt, ja, und sagt, boah, war das geil. Weil das funktioniert nicht, es war ja nicht geil, das haben wir ja gesehen. Ja, das war ja... Das heißt, die einzige Lösung wäre, alle packen ihr Handy weg, alle feiern, haben den geilsten Moment überhaupt und ein einziger, der arme, das arme Schwein, ja, kann nicht feiern, der muss nämlich filmen. Ja, und dann könnten alle nachher dieses eine Video gucken und sagen... Im Optimalfall macht er das sogar noch mit professionellem Kamera- und Sound-Tonequipment. Ja, da hat man auch nicht diese... Das wackelt nicht, du kannst es dir mit besserem Klang nachher dann angucken und hören, natürlich. Da haben alle Beteiligten viel, viel mehr davon. Ja, ich meine, an dieser Stelle würde mich auch interessieren, also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben auch bei unseren Zuschauern bestimmt den einen oder anderen, der mal ein Festival mitgefilmt hat. Ich möchte gerne wissen, habt ihr euch eure eigenen Videos dann nochmal angesehen und war das so geil wie der Moment oder ist es vielleicht so irgendwie, vielleicht Handy wegpacken, feiern und im Kopf einfach daran erinnern, wie cool es war. Also, ich kann halt nur sagen... Und noch eine zweite Frage ans Publikum, da hat man nämlich auch schon drüber diskutiert. Wollt ihr dieses Video vielleicht einfach euren Freunden zeigen, die nicht dabei sein konnten? Und wenn das euer Beweggrund war, wie haben die Freunde reagiert? Konnten die sich auf euer Video so einstimmen und haben die dann wirklich gesagt, oh, scheiße, dass ich nicht hingehen konnte oder oh, das war ja wirklich geil? Oder also, konntet ihr das dann transportieren, was ihr wohl damit sagen wollt? Ja, weil das ist häufig so, wenn mir dann irgendjemand zeigt, so, boah, hier, das war so geil, guck mal das Video. Dann gucke ich das und denke so, yo, ich war jetzt nicht dabei, aber war bestimmt top. Ja, das ist halt schwierig. Die eigene Euphorie dann dazu übertragen. Ja, und die Momente, die man erlebt, die sind halt einmalig in dem Moment. Man kann das nicht richtig festhalten, das ist das Problem. Und letztendlich haben wir uns dann gefragt, diese ganze... Also, das sind ja zwei Aspekte. Einmal, wie reagiert das Publikum, dadurch, dass es einfach nur noch guckt. Und was ist, wenn die DJs eigentlich dann auch noch ihre Performance darauf auslegen, dass alle nur noch gucken. Das ist so ein lähmendes irgendwie. Das ist aber nicht, so unserer Meinung nach, nicht der Sinn eines DJ-Sets oder von elektronischer Tanzmusik. Aber wir sind dann leider am Ende zu dem Schluss gekommen, dass wir doch festgestellt haben, das Ganze ist so ein bisschen dem Kommerz und dem Erfolg geschuldet. Ja, Popularität. Ja. Also wirklich, wenn es ins Pop-Geschäft geht. Denn ich glaube, derselbe Auftritt eines Deadmau5 mit derselben Musik, mit derselben Menge an Leuten, vielleicht nehmen wir mal die Hälfte oder ein Drittel, aber Deadmau5 wäre kein Weltstar, sondern Deadmau5 hätte, sagen wir mal was, 20.000 Fans bei Facebook zum Beispiel. 20.000 bis 50.000. Der Auftritt wäre anders verlaufen. Jetzt ist es so, dass alle da stehen und wissen, da ist Deadmau5, der hat mehrere Millionen Fans, das ist Deadmau5. Die sind ja quasi, die sind ja erstaunt. Gelähmt. Gelähmt. Das ist ja eine Schockstarre. Ja, ja. Das ist ja schlimm. Ich kann mich erinnern, dass wir bei unseren Auftritten, bei den größeren, die wir hatten, wo wir vor ungefähr 500 bis 2000 Leuten gestanden haben, wir sind nicht so populär, dass man uns filmen müsste, unabhängig davon, dass man uns einmal die Woche bei YouTube sehen kann. Bei uns hat, ich glaube, vielleicht mal einer oder maximal zwei haben wir irgendwie ein kurzes Ding mal gefilmt oder so, aber grundsätzlich filmt uns keiner. Aber das ist vorteilhaft, ja. Weil alle, die uns nicht überstehen... Das soll doch bitte so bleiben. Ja, genau. Bei uns gibt es nichts zu sehen. Wie du schon sagtest, unsere Fressen könnt ihr euch hier wöchentlich auf diesem Kanal angucken. Genau, und das war halt unglaublich... Wir haben das mal so verglichen eben, so Auftritte von uns, mit dann eben so einem Deadmau5. Und das ist ja eigentlich krank, dass dann die Stimmung bei so einem Deadmau5 schlechter ist als bei uns. Oder allgemein bei unbekannten Acts. Mal unabhängig jetzt von direkten Persönlichkeiten. Du hast ja auch gesagt, ein anderes Beispiel, Nature One, mal weg vom Open Air Floor, hoch in irgendein kleines Hauszelt oder sowas. Wo man den DJ XY nicht kennt. Ja, würdet ihr nicht hingehen und sagen, boah, den muss ich filmen. Und was ist da aber meistens das andere Phänomen? Da geht es richtig ab in den kleinen Zelten. Da reißen die noch die Hütte ab. Da wird gefeiert auf diese eher dann auch, ja meistens dann eben unbekannteren Beats. Ja, und deswegen... Und da dann wirklich die Erkenntnis, offensichtlich doch eine begründete, na, hilf mir weiter, diese Brücke oder das eben, was dazwischen steht, zwischen dem Underground und dem Commerz. Dem kommerzielleren elektronischen Sound. Das lässt sich nicht richtig gut vereinbaren. Ja. Ja, also der Grundgedanke von elektronischer Musik, von Tanzen, von diesem Gefühl. Feiern. Feiern, ja. Und einer Popularität, einer einzigen Person, dieses Star sein, das lässt sich schlecht verbinden. Also ihr könnt uns gerne mal ein Beispiel zeigen, das würde mich interessieren, wo so ein super Act einfach mal seine Show gespielt hat und alle waren nur am Dancen und keiner hat jetzt... Keine Kameras. Genau. Ist natürlich schwierig, davon Aufnahmen zu finden, aber... Ne, so eine... Ja, das ist es ja. Wir haben auch gesagt, hier Aftermovies gibt es doch von Tomorrowland und World und Festival X und Y macht doch mittlerweile Aftermovies, oder nicht? Ja, obwohl ich auch... Professionell... Klar, genau. Professionell aufgezogene Filme. Ich glaube, das gibt es halt nicht. Wir haben uns eben ja auch Aftermovies von Tomorrowland angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, Tomorrowland reizt mich gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, weil das ist genau dieses Phänomen. Du hast dann nur die Superstar-DJs, die ganze Crowd steht da unten, gafft nach vorne und dann hast du noch so ein paar, die machen halt so, ja. So, Alter, das ist für mich nicht... Das ist für mich nicht der Gedanke von elektronischer Tanzmusik. Die Mucke ist teilweise vielleicht geil, ja. Die DJs, ich feiere würde die feiern ohne Ende, wenn da, weiß ich nicht, ein Feed Me oder ein Mordfußtagen auflegen. Aber wenn der Rest einfach nur dahin gafft, ja. War leider eine etwas ernüchternde traurige Erkenntnis. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das seht, was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr dann auf einem Act wart, der eben mega Fame war. Habt ihr es auch so gemerkt, dass dann eher so eine lähmende Stimmung herrscht, weil er einfach zu krass ist. Das war eigentlich so unsere Erfahrung. Und... Ja, oder aus welchen... Wie kann man das überhaupt... Kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Ich glaube nicht. Und aus welchen Beweggründen geht ihr feiern? Also gehört ihr auch zu der Kategorie, der ist bekannt, den muss ich sehen. Sehen. Da auch... Genau, wörtlich. Oder seid ihr so Musik verbunden, dass ihr euch eben, wie gesagt, im Vorfeld sehr, ja, mit diesem Artist, den ihr euch dann anguckt, beschäftigt habt und dann auch wirklich bei ihm feiert, tanzt und das Handy der Hose irgendwo stecken lasst. Sagts mal. Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, also wieder eine sehr, sehr lange Folge von uns jetzt. Aber auch ein sehr aufwühlendes, bewegendes Thema. Wie gesagt, vielen Unterthemen. Das war ganz schwierig, dass du überhaupt hier schon... Wir haben lange da gesessen, bis wir dann endlich zu dem Schluss kamen, der Kommerz, das Populäre ist das Problem. Ja, irgendwie schon. Wir machen unsere Erkenntnisse immer sehr spät. Also in dem Sinne, ich hoffe, die Sendung war trotzdem interessant für euch. Ansonsten würde ich sagen, probiert es einfach nächste Woche wieder. Ja, ja. Wir machen uns hin an TV, immer montags. Schau auf, auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.